Das ist jetzt die Kurzversion, deine geführte Meditation, um deine Gefühle, deine stressigen Gefühle zu erlauben und willkommen zu heißen. Und wo immer du jetzt gerade bist, schau, dass du einigermaßen bequem sitzt. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen und deine Aufmerksamkeit in deinen Körper bringen. Was gibt es da wahrzunehmen? Mal kurz ohne Nachdenken. Du musst da jetzt nichts analysieren, nur bemerken, was in deinem Körper vor sich geht. Wo fühlst du dieses stressige Gefühl? Dieses Gefühl braucht keinen Namen. Es reicht zu bemerken, ob es sich bewegt oder fest ist, warm oder kalt. Dann schau mal, dass du nur diese Empfindung, ohne die Geschichte dazu, nur diese Empfindung erlaubst. Die ist jetzt sowieso da. Guck mal, ob du sie da sein lassen kannst. Nur für diesen Moment hier. Wenn die so sein darf, wie sie gerade ist. Die muss jetzt nicht anders sein. Muss nicht weg. Muss sich nicht verbessern. Wie fühlst du es an, wenn du es erlauben kannst, dass dieses Gefühl da ist? So gut wie es gerade geht. Bemerk mal, was sich dann verändert im Körper, wenn du es erlauben kannst. Dass das Gefühl sich bewegt, ruhiger wird, sich entspannt oder weiter transportiert wird. Dass es nicht so bleibt, wie es ist. Nimm das einfach nur wahr. Und dann kannst du deinen Reset-Knopf drücken. Einmal alles runterfahren. Programme werden ausgeschaltet. Und dein ganzes System darf einmal zur Ruhe kommen und sich komplett ausschalten. Du musst einen Moment überhaupt gar nichts machen. Komplett ausgeschaltet. Und dann kannst du einen Neustart machen. Alles da, frisch und neu wieder hochfahren. Und du kannst jetzt nochmal ganz neu schauen, was kannst du jetzt bemerken in deinem Körper. Frisch und neu. Und was immer das auch sei, was du da jetzt bemerken kannst, ohne Nachdenken, auch das wieder erlauben. Und wenn du jetzt in die Welt rausgehst, von deinem Ort, an den du dich zurückgezogen hast, schau mal, ob du dabei bleiben kannst, dieses Gefühl in dir da sein zu lassen. Nicht dagegen zu kämpfen, weil der Kampf dagegen hält es fest und das Erlauben macht es frei. Alles Gute. Lass los und du bist frei. Vieles, was du jetzt noch meine Probleme nennst, ist durch deine Art zu denken entstanden. Diese Glaubenssätze können wir finden und auflösen. Raus aus dem Tunnelblick. Haderst du manchmal mit deinen Gefühlen? Lehnst du die ab, die dir unangenehm sind? Dann kämpfst du gegen etwas, was bereits da ist. Und wie fühlt sich das für dich an, die sogenannten guten Gefühle zu erlauben und die anderen nicht? Schmerz, Angst und Verzweiflung können wunderbare Wegweiser sein. Wenn der Kampf gegen sie wegfällt, wird viel Energie und Liebe frei, die in diesem Kampf gebunden war. Aus der Erfahrung von 20 Jahren Coaching weiß ich, dass es vor allem deine Überzeugungen sind, die dich einengen. Dahinter bist du frei. In diesem Kurs lernst du erstens, wie du nicht mehr gegen deine Gefühle kämpfen musst. Zweitens, wie du immer mit genug Liebe versorgt bist und damit nie im Mangel sein musst. Drittens, wie du dir deinen Körper zum Freund machst. Und viertens, wie du dir den Reichtum deines Lebens vor Augen führen kannst, um dich nicht mehr einseitig auf deine Probleme zu fixieren. Dein Leben ist besser, als du denkst. Fang jetzt gleich damit an mit meinem Online-Kurs Du bist frei auf www.sinnsucher.de Ich bin Ina Rudolf, Schauspielerin, Autorin und Coach und freue mich, dich in diesem Kurs in deine Freiheit zu begleiten. Das nur einsteig auf Brau. Du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. Ich bin in mir. Die modificationen Ä deixa. Ich bin in die första thirsty. Untertitelung des ZDF, 2020